SENSITIVA UNIVERSE Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Heute bist du gefragt, mein Schatz, denn es ist gut möglich, dass du dich heute einsetzen musst. Entweder für eine Sache, an die du glaubst, oder du musst dich für eine Person einsetzen oder für eine Sache einsetzen. Also hier wird dein Mut gefragt. Und wenn du jetzt sagst, naja, ich bin jetzt nicht so eloquent und rhetorisch versiert, als dass ich jetzt irgendeine Debatte eingehen könnte mit jemandem, mach dir keine Sorgen, ich habe, du bekommst von oben entweder Zeichen oder du bekommst die richtigen schlagfertigen Sätze eingetrichtert, die du sagen sollst. Also entweder musst du dich, ich sage, für eine Gemeinschaft einsetzen oder für schwächere Menschen, für kranke Menschen oder für Menschen in Not oder vielleicht für eine Situation. Ja, vielleicht läufst du irgendwo auf der Straße und du siehst, wie eine Person angegriffen wird, weiß ich nicht, wegen der Hautfarbe, wegen der Sprache, wegen der Herkunft oder wegen vielleicht irgendeiner Glaubensrichtung. Und dann wirst du dich einsetzen. Das kann aber auch im privaten Umfeld sein. Nehmen wir mal an, du hast eine Nichte und diese Nichte ist jetzt so ein bisschen auf einem Punk-Trip, ja, oder Gothic und läuft jetzt mit schwarz gefärbten Lippen rum und nur noch schwarze Kleidung und ein bisschen so Gothic und so weiter, vielleicht auch so Vampir und Piercing und Tattoos und so weiter. Und die Eltern, die wollen, ja, deine Nichte jetzt dazu bringen, alles das abzulegen und sich nur mal anzuziehen. Und dann kann es sein, dass du als Onkel oder als Tante sagst, ja, jetzt, im Moment mal, jetzt stopp. Jetzt lasst ihr doch diese Phase, ja, das oder lasst ihm doch diese Phase. Das geht auch vorüber. Also es ist gut möglich, dass du dich, wie gesagt, innerhalb der Familie auch wirst einsetzen müssen. Oder die Oma möchte jetzt unbedingt irgendwas tun, was sie schon immer tun wollte. Und dann sagen deine Geschwister, das geht jetzt nicht, weil das zu gefährlich ist für dich, Oma. Und dann sagst du, na, dann komme ich mit, dann passe ich auf. Man lebt nur einmal und wenn die Oma das unbedingt machen will oder wenn die Oma das unbedingt essen will, dann machen wir das jetzt, ja, dann passen wir auf die Oma auf. Also du wirst dich in irgendeiner Situation, ob es jetzt auf offener Straße ist, innerhalb der Familie, kann sogar auch im Office sein oder in deiner Arbeitsstelle, ja, dass du dich für irgendwen oder irgendwas einsetzen musst. Vielleicht stehst du in irgendeiner Schlange und vor dir bestellt jemand einen Kaffee und du siehst, wie der Verkäufer oder die Verkäuferin so ein bisschen arrogant und versnobbt ist. Vielleicht, weil die Person, naja, ein bisschen obdachlos wirkt. Und dann wirst du dich einsetzen und sagen, haben sie ein Problem? Dann wieso geben sie ihm, wieso geben sie ihr nicht den Kaffee? Wo liegt denn ihr Problem? Diese Person zahlt doch den Kaffee. Also, du wirst dich, du verstehst, worauf ich hinaus will. Du wirst dich für diese Person einsetzen, okay? Und das ist toll. Du wirst auch von oben angehalten. Das ist auch ein Test an dich als Mensch, ja. Wie menschlich bist du? Läufst du einfach versnobbt dran oder ignorant dran vorbei und tust du, als ob du damit nichts zu tun hast? Schleißt dich da raus oder willst dir nicht auffallen? Oder wirst du mutig genug sein, Mensch genug sein, um für das Richtige einzustehen? Also hier ist das wirklich, das ist ein Test von oben. Das ist ein Test, das sage ich euch. Das liegt, so wie die Karten da liegen, die wollen uns testen. Also für die, die hier in der Reisegruppe sind, wenn du dich in irgendeiner Situation einsetzen musst, jemanden oder in eine Situation oder ein Glauben oder irgendwas verteidigen musst, für das Richtige einstehen, dann solltest du es tun. Das ist wirklich ein Test an die, die hier in der Reisegruppe sind, okay? Für alle, die sich hier auch dann eingesetzt haben, achte darauf, du wirst auch direkt im Anschluss, wirst du eine Botschaft bekommen. Ich kann dir nicht sagen, wie diese Botschaft aussieht. Entweder, nehmen wir mal an, du warst da jetzt in diesem Café und jemand vor dir sah halt ein bisschen verlumpt aus und wurde vom Verkäufer oder der Verkäuferin von oben herab bedient und du hast dich jetzt eingesetzt und dann bezahlst du deinen Kaffee und gehst dann in dein Auto und setzt dich hin und auf einmal könnte aus dem Nichts eine Taube wirklich auf deine Motorhaube sich hinstellen, dich angucken und du hast das Gefühl, die will dir was sagen, okay? Das macht das Universum sehr oft, dass die uns über Tiere oder Zeichen oder Federn oder insbesondere über Tiere senden die uns dann irgendwelche Botschaften, die uns irgendwas sagen wollen, okay? Oder du gehst in dein Auto, du hast den Vorfall vergessen und auf einmal kommt irgendein Mensch und sagt, wissen Sie was, ich fand das ganz toll, was Sie da gesagt haben, dass Sie sich eingesetzt haben. Ich bin so froh, dass es noch so Menschen gibt wie Sie. Okay, Dankeschön, ich möchte mich bedanken, dass Sie so mutig waren und für diese Person eingestanden haben, ja? Also auch sowas kann dir passieren. Du denkst dann nichts mehr, der Fall ist für dich gegessen und dann bekommst du von, wie aus dem Nichts, bekommst du von einem Menschen so etwas gesagt, okay? Also du siehst, du bekommst auch sofort die Bestätigung von oben, nachdem du für die richtige Sache, für eine gute Sache eingestanden bist und du sollst es tun, ja? Die meisten werden diesen Test auch bestehen. Also hier wirst du in deiner Menschlichkeit, in deinem Mut und in deinen Werten, in deinen Glaubenssätzen, wirst du von oben getestet. Also enttäusch dich nicht und enttäusch das Universum nicht, sondern hau rein, es soll so sein, okay? Und jetzt das Interessante dabei, dieser Test muss sein, denn irgendetwas in deinem Leben hört auf und etwas Neues beginnt. Und das Neue, das da beginnt, dafür ist es notwendig, dass du mutig bist. Dafür ist es notwendig, dass du für das Richtige einstehst. Es ist dafür auch notwendig, dass du die richtige Einstellung hast zu den Menschen, zu dieser Erde, zu dieser Welt, zu den Werten dieser Welt, zu den menschlichen Werten, vor allen Dingen auch die richtigen Tugenden lebst. Also dieser Test hängt mit einem Neubeginn für dich zusammen. Man kann schon fast sagen, es ist wie eine neue Ära, ein neuer Lebensabschnitt, der für dich beginnt. Auch wenn dir das jetzt nicht bewusst ist, die haben mit dir irgendwas vor, was immer das auch ist. Ich kann leider nicht sehen, was es ist, mein Schatz, weil es für jeden von euch etwas anderes ist. Aber die haben mit euch etwas vor. Ihr habt eine ganz besondere Aufgabe, wo immer diese Aufgabe dann auch eingesetzt wird, okay? Du wirst eine besondere Rolle spielen. Aber erst, wenn du diesen Test bestehst. Also es ist wichtig, die wollen wissen scheinbar, ob du dafür schon bereit bist, ob du dafür auch der richtige oder die richtige Lichtarbeiterin bist, der richtige Lichtarbeiter bist, für das, was man dir hier auftragen möchte. Und es scheint eine besonders große Aufgabe zu sein, eine wichtige Aufgabe zu sein. Wie sie sich darstellt, das musst du abwarten, mein Schatz. Das sehe ich jetzt hier nicht. Aber sie ist besonders. Es gibt einen bestimmten Grund, warum du geboren worden bist, warum du hier bist, warum du alles das durchgemacht hast, was du durchgemacht hast. Für dich beginnt jetzt eine neue Zeit. Aber das jetzt, das ist ein Test. Und damit steht und fällt, ob man dir diese besondere Aufgabe geben wird. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Setze dir Ziele und glaube an dich. Du schaffst das. Ich wünsche dir einen tollen Tag. Bis dann, deine Sensitiva.